Der nächste Schritt nach dem Kauf einer Split-Lizenz ist der Erwerb eines Split-Contract. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Split-Contract mittels Ultima kaufen können. Das Ultima-Team führt regelmäßig verschiedene Promo-Aktionen durch. Während einer Promo erscheint im Dashboard eine zusätzliche Registerkarte mit Aktionsprodukten. Alle Details zu aktuellen Aktionen können Sie immer in unseren Telegram-Kanälen erfahren. Bitte beachten Sie, dass der Erwerb von Aktionspaketen ähnlich dem Prozess ist, den wir Ihnen in dieser Anleitung zeigen. Melden Sie sich also auf der DeFiU-Website an. Wählen Sie den Pool aus, dem Sie beitreten möchten – VIP-Pool oder Unity-Pool. Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, sehen Sie eine Liste der zum Kauf verfügbaren Produkte. Um einen Split-Contract zu kaufen, gehen Sie zur Registerkarte Split-Contracts. Wählen Sie den für Sie passenden Contract aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase – Kaufen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Zahlungsart auszuwählen. Wählen Sie Ultima aus, stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. Im geöffneten Fenster werden der Betrag in Form von Ultima-Tokens und die Adresse der Wallet angezeigt, an die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Die Adresse ist auch als QR-Code zum Senden einer Transaktion über die mobile Anwendung verfügbar. Zum Bezahlen senden Sie den notwendigen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie den genauen Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Warten Sie auf eine Zahlungsbenachrichtigung. Fertig. Sie haben einen Split-Contract gekauft. Nach dem Kauf eines Contracts werden Sie sehen, dass sich die Werte im Widget Split License Usage in Ihrem Dashboard geändert haben. Der gekaufte Contract wird auch im Abschnitt My Contracts sichtbar sein. Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice und wir helfen Ihnen gern. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit.